Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Das sind 5 Arten von Pennyball-Fahrer. Art 1 Art 1 ist der Tänzer. Art 2 ist der, der denkt, er kann Pennyball-Fahrer fahren. Ich bleibe mit Bessie hier. Oh, fucking shit, Alter. Das ist ein paar Mal, Alter. Halt, Finale, okay? Oh, Monat. Finale, Finale, Finale. Finale, okay? Finale, okay? Fack. Ich habe mich noch nicht besser. Art 3 Art 3 Art 3 ist der Super-Fahrer. Art 4 Art 4 Art 4 ist das Baby. Alter Digger, ich traue mich nicht. Digger, ich traue mich echt nicht. Digger, ich traue mich echt nicht. Digger, ich werde mich wahrscheinlich nie getrauen. Und schon geht es zur letzten Art, und zwar zur fünften Art. Oh, sorry. Die fünfte Art ist... Der Balancierer. Okay, vielen Dank für das Eingucken, bitte lass mir einen Daumen hoch da, und ich entschuldige mich auch für meine Kommentare das diesmal an BlackyTV und an diesen anderen da, und dann man geht auf die.